Hallo liebe Skorpione, willkommen bei Shanoa Tarot. Ich habe hier Karten auf den Tisch. Es geht um den Monat September 2023. Ich sehe hier bei euch auf eurer Seite das Rad des Schicksals. Hier könnte sich für viele Skorpione schicksalhaft eine große Veränderung ergeben, aber dazu gilt es einiges zu beachten. Da komme ich gleich dazu. Ich habe hier zwei Orakelkarten auch für euch gezogen. Einmal hier diesen Kaktus und den Flamingo. Der Kaktus steht hier für Einfallsreichtum, Kreativität. Dieser Kaktus hat hier ein Gesicht und Hörner drauf. Gleichzeitig habe ich hier den Würfel auf das Sternzeichen Stier gewürfelt. Beide haben Hörner. Also möglich, dass ihr hier mit dieser Kaktuskarte Einfallsreichtum, aber auch sowas wie eine Stärke beweisen müsst. Ja, quasi Hörner zeigen. Vielleicht auch jemanden, der ein bisschen stur ist. Konfrontieren. Also mit Bista durch die ganze Angelegenheit durchgehen. Euch da nicht abschrecken lassen. Ja, der Stier steht hier auch für Beharrlichkeit. Ja, ich bleibe beharrlich dran an dem, was ich möchte, was ich umsetzen möchte. Also sich da nicht aufhalten lassen. Wir haben auch die 2 und die 9 hier auf der Karte. Die 2 steht für mich für Entscheidungen, die hier definitiv vom Gegenüber eingefordert werden, von der Gegenseite aus ausgehen. Und die 9 steht für einen Zustand. Ja, 9 der Stäbe, 9 der Schwerter. Ein Zustand, der schon lange strapazös sich anfühlt. Ja, mit einer Entscheidung könnte diese strapazöse Phase vielleicht auch enden für einige Skorpione. Hier mit dem Flamingo bejahe das dazwischen. Viele Skorpione befinden sich in so einer Zwischenwelt. Ja, zwischen Abschluss des Alten und Neustart mit dem Neuen, mit dem Neuen Weg. Ja, und der Flamingo sagt, bleib da ruhig, aber gleichzeitig fokussier dich, konzentrier dich, dass du hier die richtigen Entscheidungen treffst. Hier haben wir auch noch die 3. Ja, mal gucken, inwieweit die 3 hier eine große Rolle spielt. 3 könnte hier für Zusammenarbeit, Aufbau stehen. 3 der Münzen. Wir haben auch 3 Asse hier beim Gegenüber. Ich komme gleich dazu. Eins nach dem anderen. So, die Würfel mache ich mal hier nach oben. So, die Orakelkarten auch. Ihr könnt alles sehen, hoffentlich. Ja. So, deine Legung, lieber Skorpion, beginnt hier mit dem Herrscher. Und die Herrscherenergie, soweit ich mich erinnern kann, hat euch auch im Monat August sehr stark begleitet. Die Skorpione mussten hier Grenzen ziehen, aufräumen, viel Verantwortung tragen, verantwortliche Entscheidungen treffen, um den Weg hier vorzubereiten. Das habe ich auch in den Augustlegungen angedeutet. Ja, der Herrscher, ich weiß, was ich will. Ich will hier mein Leben ordnen. Ich brauche hier Struktur und dazu muss man natürlich ziemlich stark auftreten und auch mal Nein sagen. So, der König der Stäbe ist euch als Energie auch im September hier verfügbar. Ja, weil das ist sozusagen der weitere Verlauf. Der König der Stäbe, der agiert auch stark. Der geht nach vorne. Der lässt sich nicht abwimmeln. Ja, der hat auch Argumente, der König der Stäbe. Der hat Feuer, der hat Elan, der beißt sich da durch. Und, Entschuldigung, hier haben wir den Herrscher und das Rad des Schicksals. Dazwischen ist ja dieser König. Um hier diese schicksalhafte Veränderung einleiten zu können, müsst ihr mit dieser Energie des Königs der Stäbe, mit dieser Feuerkraft vorangehen. Euch nicht abwimmeln lassen. Ja, probieren, weitermachen, nicht aufgeben. Hier der Ritter, der Schwerter, der rast hier auch auf das Rad des Schicksals zu. Möglich, dass hier eine Entscheidung sehr schnell getroffen werden muss, beziehungsweise wenn sich hier ein Angebot ergibt, in welcher Art auch immer, muss man hier zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort aufschlagen. Man muss die Gunst der Stunde nutzen und nicht lange zaudern. Ja, ich habe es schon im August gesagt, achtet bitte trotzdem darauf, dass der rückläufige Merkur, also viele Planeten sind rückläufig. Momentan deswegen fühlen sich ja viele wie in so einem Hamsterrad gefangen, haben zwar Ideen und Vorhaben, aber das Gefühl ist da, ich komme damit nicht vorwärts. Ja, bis zum 15. September 23 bleibt Planet Merkur auch rückläufig. Vom 1. bis zum 15. September bitte Optionen, Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, auch aktiv werden. Ja, sich Sachen anschauen, Probearbeiten, wenn es um den Job geht. Ja, mal reinschnuppern, in der Verhandlung bleiben. Aber bitte die Unterschrift möglichst nach dem 15. setzen. Wenn es nicht möglich ist, naja, dann muss es halt vorher gemacht werden, dann muss vorher unterschrieben werden, aber dann wenigstens den Vertrag ganz genau durchlesen, jede einzelne Klausel und nach Möglichkeit, wenn eine Klausel drinsteht, wo man sagt, nee, das passt mir nicht, das könnte mir gefährlich werden, nochmal das Gegenüber darauf ansprechen, nachverhandeln. Ja, speziell auch mit dem Geld, dass man dann nicht über den Tisch gezogen wird. Ja, hier auf der anderen Seite, das sind die Energien vom Gegenüber, das sind die Energien, die auf euch zukommen. Im September, wir haben hier zentral eine Königin der Stäbe, hier haben wir einen König auf deiner Seite. Da ist potenziell eine sehr gute Zusammenarbeit, eine feurige Zusammenarbeit möglich. Auch im Privaten, in Liebesangelegenheiten ist hier ein sehr leidenschaftliches Paar unterwegs, was sich, ja, sehr schnell einig werden könnte. Ja, um diese Königin sind hier drei Asse. Entweder sind das die Asse, die euch hier auch entgegengebracht werden, also Asse stehen ja für Chancen, in Konfrontation mit diesen Menschen. Oder wenn es um die Liebe geht, könnte hier natürlich ein Wunschpartner da liegen, der auch andere Optionen für sich offen hat. Ja, das Asse der Kelche ist hier quergekommen. Dieser Mensch könnte sich, wenn eine Entscheidung notwendig wird, potenziell für etwas entscheiden, was seinem, ihren Vorteil entspricht. Dieser Mensch ist hier auch mit dem Asse der Kelche ja schon liebevoll in seiner, ihrer Entscheidungsfindung, ja, hört hier auch auf das Herz. Aber wenn hier die Frage im Raum steht, entscheide ich mich hier nach Sympathie, nach Liebe oder entscheide ich nach Vernunft, wird potenziell dieser Mensch sich eher nach Vernunft entscheiden. Ja, deswegen ist hier auch mit dem Ritter der Schwerter ein kluges Vorgehen notwendig. Ja, ich kläre das jetzt mal, um da ein bisschen näher einzutauchen, um das Themenfeld etwas näher einzugrenzen. Drei der Stäbe. Ja, mit dem Herrscher hier eine Planung. Du hast dich hier als Herrscher positioniert, weil du hast einen Plan im Kopf, du hast eine Vision mit der Zukunft. Und ja, dafür ist natürlich die Herrscherenergie sehr wertvoll, weil dann zaudert man nicht herum und lässt sich auch nicht ablenken, sondern... Ja, wow, hier die Herrscherin ist auch noch gekommen. Sehr, sehr gut. Oh, der König der Münzen. Starke Karten hier, lieber Skorpion. So, drei der Kirche hat sich gezeigt. Wir haben drei auf den Würfeln. Spannende Legung. Jetzt kommen noch zwei Karten zum Schluss. Aber auch schöne Karten. Ja, wie machen wir das? So, vier der Stäbe und die neun Münzen. Die Magier sind der Schwerter. Die Mäßigkeit und vier der Schwerter. Ja, lieber Skorpion, also was du hier machen möchtest, ja, du willst hier ganz große Schritte gehen. Wenn, dann willst du hier die ganz große Nummer auffahren. Du willst nicht nur einfach, wenn es ums Berufliche geht, den Job wechseln. Du sagst, nein, wenn ich hier einen neuen Job antrete oder den Job wechsle, dann soll das bitteschön langfristig werden und auch wirklich Geld reinbringen. Da will ich mein Imperium aufbauen, ja, vielleicht sogar mit einer Selbstständigkeit. Also alles, was hier geplant wird, was umgesetzt werden möchte, das soll eine ganz große Nummer werden. Alles oder gar nichts, sagt Skorpion. Schwarz oder weiß, kein Grau dazwischen. Du willst hier wirklich nur die Sahnekirsche auf der Torte. Ja, also wenig kompromissbereit, was auch gut ist, ja. Hier der König der Münzen, das ist halt Stierenergie. Da haben wir zweimal diese Stiersymbolik. Dieses, ja, wenn, dann bitte langfristig und solide stabil. Ja, weil hier so viele Personenkarten, bitte nicht die Geschlechter beachten, ersichtlich sind, möglich auch, dass du, lieber Skorpion, hier Berater an deiner Seite hast. Du hast, ja, Freunde oder Familie, die dich hier unterstützen auf diesem Weg, wo du auch die Ratschläge holen darfst. Wenn es deine eigene Energie ist, also sehr stark, sehr viel Feuer, Stabilität, hier König, also Herrscher und Herrscherin, also, ja, dieses, ich weiß, was ich die nächsten 20 Jahre vorhabe. Und so soll es aussehen und bitte nicht anders, ja. Es geht hier sehr stark um diese vier Stäbe. Du willst hier einen stabilen Rahmen haben, ja. Ein Haus muss gebaut werden mit vier Eckpunkten mindestens. Es soll stabil sein, ja. Es soll nicht umkippen. Es soll bitte ein Fundament darstellen und hier mit neuen Demünzen, wo du dich entfalten kannst, wo du frei bist, wo du selbstständig agieren kannst, wo du dich zeigen kannst, du willst wieder so einen Aufbau haben, du willst dich wieder klasse fühlen, ja. Ja, wirklich aus den vollen Schöpfen. Ja, und hier steht eine Entscheidung im Raum, wenn diese Entscheidung gefällt wird und wenn sie auch richtig gefällt wird, steht hier auch eine große Heilung an bei dir, lieber Skorpion, ja. Da werden die Wunden geheilt, die Wunden der Vergangenheit. Ja, hier dieses Aste Münzen mit dem Magier. Ich denke mal, das ist hier eine Chance, die für dich auch eine Rolle spielt. Der Magier ist unter diesem Aste Münzen. Mit diesem Magier kann hier wirklich sehr vieles in eine karmische Richtung passieren, ja, kann das sozusagen einen ganz neuen Weg einschlagen. Es kann hier ein ganz neuer Weg geebnet werden. Der Magier hat ähnliche Farbsymbolik wie die untere Reihe hier bei dir. Ja, hier könnte jemand etwas für dich in Bewegung setzen, ja. Ja, hier Aste Münzen eine sehr wertvolle Chance. Diese Königin der Stäbe, wer ist das hier für euch? Könnte übrigens auch für einen Mann stehen, ja. Bitte nicht von Geschlechtern ablenken lassen. Die Königin der Stäbe, das ist so innerliches Feuer. Jemand wird da von innerlichem Feuer geleitet, ist sehr feurig, ja, hitzig. Lässt sich nicht abwimmeln, ist sehr stark auf seine, ihre Ziele fokussiert. Hier drunter ziehen der Schwerter und hier das Ass der Schwerter. Also diese Königin hat hiermit irgendwas abgeschlossen und will hier mit diesem Ass der Schwerter weiter fortfahren. Wird etwas entscheiden oder verlangt hier eine Entscheidung ab? Sie guckt auf jeden Fall in dieses Ass der Schwerter. Also hier könnte jemand mit Altlasten kommen, ja, der sich von der Vergangenheit verabschiedet hat und jetzt ganz neu, was ganz Neues, Frisches starten möchte mit dir oder auch generell in seinem, ihren Leben. Ja, also wenn du jetzt hier, sage ich mal, an diesen Menschen interessiert bist in Bezug auf Partnerschaft, möglich, dass dieser Mensch gerade aus einer Partnerschaft kommt, gerade sich hat scheiden lassen, gerade eine Partnerschaft beendet hat, möchte jetzt hier aber damit Schluss machen, will hier wirklich ganz neu durchstarten. Auch hier mit dieser Mäßigkeit, dieser Heilungsenergie. Ja, ich habe ja auch gerade von der Heilung hier auf deiner Seite gesprochen, wirklich, dass dieser Mensch hier, der hier präsent ist, durch eine Entscheidung eine Heilung einleitet, auch für dich. Dann haben wir hier vier der Schwerter, mit der Mäßigkeit. Könnte sein, dass hier eine Entscheidung sozusagen hinausgezögert wird oder sich etwas hinaus zögert, ja, eingeleitet hier vom Gegenüber. Könnte auch sein, dass hier jemand mit einer Entscheidung in deine Richtung so ein bisschen zaudert, ja, oder Personalmangel, weiß, weiß ich, im Urlaub oder, ne, irgendwie verhindert und du hier deswegen so ein bisschen Druck bekommst, ja. Ich habe ja gesagt, hier muss richtig gehandelt werden, zielorientiert und gleichzeitig aber auch, ja, glaube ich, hast du hier Druck, ein bisschen Druck, wenn hier jemand mit der Entscheidung nicht rausrückt, ja, dich da zappeln lässt. Aber vielleicht auch ganz gut, ich habe ja gesagt, der rückläufige Merkur vom 1. bis 15. September greift er in diesem Monat und da ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn sich das erst auf die zweite Monatshälfte verschiebt, also das endgültige Resultat, die endgültige Entscheidung. So, ich schaue mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Übrigens hier auf dem Würfel 3, diese Pläne, ne, 3 der Stäbe. Verfolge hier deine Pläne, lieber Skorpion. Vielleicht bist du ja schon ganz nahe dran. Die Sonne. Also die Skorpione, die sich bis jetzt noch nicht so richtig grün sind, ja, die sagen, ich will zwar in die Ferne, ich will hier eine Veränderung haben, aber ich weiß nicht genau, wohin. Ich habe da so bestimmte Ideen, aber ich muss mich ja für irgendwas entscheiden. Was es genau wird, wird sich hier zeigen mit der Sonne, ja, das genaue Resultat. Hier, die Königin der Münzen, sehr schön. Zwei haben sich hier gezeigt, dann machen wir das auch. Drei der Münzen und der Gehengte. Ja, nochmals der Magier. Der Magier und der Magier. Zwei der Stäbe. Sieben der Kelche. Fünfte Münzen. So. Also zunächst mal, was ich sagen möchte vorab. Ich sehe für die Skorpione hier in dieser ersten Spalte berufliche Möglichkeiten, vielleicht auch wohnliche Situationen, vertragliche Geschichten unter einem sehr guten Stern. Dass sie hinten mit dieser Königin der Stäbe scheint eine private Geschichte für mich zu sein, wo jemand irgendwas Altes abgeschlossen hat, ein altes Lebenskapitel, eine Partnerschaft beendet hat, jetzt sozusagen frei ist auf dem Markt. Oder ihr kennt diesen Menschen, ja, und es kommt hier eine Wiederbegegnung. Und das ist hier eine ganz andere Energie. Ja, dazu komme ich gleich nochmal genauer. Aber erstmal hier, zu dem Herrscher, drei der Stäbe und hier die Sonne. Diese Pläne, die ihr hier habt, die ihr versucht zu strukturieren, durch Abgrenzung, auch durch dieses Rausschmeißen von Leuten, die nur zapfen, Energie abzapfen, die nur irgendwas wollen, aber nichts geben. Ja, weg damit. Hier Grenzen ziehen. Auch, hatten wir letzten Monat, mögliche auch Grünstücksgrenzen ziehen. Ja, irgendwie Zaun aufstellen, um hier diese Pläne zu verwirklichen. Wo es genau hingeht, zeigt sich hier auch in der Zukunftslegung. Das sind die Zukunftskarten. Die Zukunft kann hier, weiß weiß ich, Oktober, aber auch Dezember sein. Jeder hat eine andere Zeit. Die Zeit ist flüssig, ja, je nachdem, was ihr da vorhabt. Und wie schnell ihr in der Umsetzung seid. Da ist ja jeder individuell verschieden, je nach seiner Möglichkeiten. So, aber das wird sich hier klären, das wird sich zeigen, ja. Hier wartet man auf die Schiffchen und welches nehme ich jetzt, welches Schiff? Das wird sich zeigen, wo ihr einsteigen wollt und werdet. Ja, unter der Herrscherin, die Königin der Münzen, hier der König der Münzen, nochmals diese Betonung, es soll bitte in eine stabile Zukunft gehen. Ja, wo es an nichts fehlt, wo alle gut versorgt sind, wo alles entspannt ist. Die Königin der Münzen, die ist entspannt. Die rennt ja nicht nervös von A bis Z und macht sich da verrückt. Nein, die Königin der Münzen, die setzt sich da hin und die arbeitet da langsam konzentriert an ihrem Imperium, an ihrem Reich. Ja, dass alle gut versorgt sind. Die strahlt auch nur Ruhe aus, gerade wenn man Kinder hat. Ja, ist das eine sehr schöne Karte, da ist man einfach sehr häuslich, sehr mütterlich unterwegs. Da strahlt man diese Stabilität aus, die allen Verbindungen zugute kommt. Hier haben wir den Neuanfang, den Narren, ja. Das ist hier der Neuanfang für euch. Hier werden Entscheidungen getroffen. Entweder im September oder die Wochen danach, Monate danach, kommt das definitiv zu einer Entscheidung, die hier einen Neuanfang begünstigt. Hier drei der Münzen. Ein neuer Aufbau, eine neue Zusammenarbeit, gerade im Beruflichen, von Bedeutung. Hier mit dem Gehengten sehe ich, ja, dass ich das so ein bisschen hinziehen könnte, bis man da wirklich sich eingefunden hat in der neuen Situation, in dem neuen Lebensmodell. Man muss da vielleicht auch gezwungenermaßen in bestimmten Bereichen die Perspektive wechseln, sich da ein bisschen anpassen, auch bei sich selber einsehen, was kann oder was sollte ich da bei mir verändern, damit das wirklich im Team hier gut zusammenpasst. Hier unter diesem ersten Münzen, die zwei Magier. Also ich sehe hier schon, dass ausgehend vom Gegenüber hier etwas initiiert, in die Wege geleitet wird für euch. Ich glaube, ihr habt hier sehr konstruktive, gute Pläne, aber letztendlich dieses Startzeichen gibt hier das Gegenüber. Zweimal der Magier. Hier ist echt vieles möglich, ja. Vieles ist hier möglich, aber ich sage das jetzt nicht als Warnung, ja, weil der Magier auch manchmal für manipulative Energien stehen kann. Ich glaube, hier ist es eher irgendeine Kraft, die euch dabei verhilft, zu eurem Ziel zu kommen, da weiter zu kommen. Und es geht hier um die Langfristigkeit. Ja, wie diese letzten sechs Karten, da steht ja diese Königin der Stäbe sehr stark im Fokus. Und ich glaube, das ist hier für einige Skorpione eine private Geschichte. Mitunter, ja, wie gesagt, dieser Mensch hat hier irgendwo mit der Vergangenheit abgeschlossen, will ich hier ganz frisch durchstarten, ja. Kann sein, dass ihr eine gemeinsame Vergangenheit habt. Und jetzt sagt dieser Mensch, wir starten hier wieder neu, ja. Hier werden Gespräche geführt oder Gesprächeentscheidungen sind hier vorgesehen. Hier ist dieses Versprechen. Wir heilen hier unsere Wunden, Gespräche von Herz zu Herz. Was die Liebe angeht, wir haben hier das Ast der Kelche, ist die einzige Kelchkarte hier überhaupt im Deck. Und hier die sieben Kelche noch, ja. Aber die Karte ist quergekommen und sieben der Kelche ist jetzt auch nicht so das Nonplusultra, was die Kelchkarten angeht. Deswegen, hier könnte es um eine Rückkehr gehen. Jemand kehrt hier zurück, möchte hier nochmal anknüpfen bei euch. Hier war lange Zeit irgendwie Stillstand. Hier war mal was gewesen. Und ja, wenn du mich jetzt fragst, sind das hier die großen Gefühle? Ich glaube nicht. Wenn hier jemand auf euch zukommt, ja. Also die, die sich angesprochen fühlen, wo schon mal was war. Oder ihr wisst, dieser Mensch hat hier gerade eine Beziehung beendet. Besteht hier latent die Tendenz, dass sich hier jemand erstmal trösten möchte und es besteht die Tendenz, dass jemand nochmal zurückrudert in sein altes Revier. Ja, weil dieses Ast der Kelche ist ja sozusagen das Liebesangebot. Ist ja so dieses, ich hab dich lieb, ne. Ich hab Interesse an dir, willst du, willst du nicht. Aber die Karte ist hier quergekommen. Es kommt nicht wirklich vom Herzen. Hier ist der Kopf viel stärker bei diesen Menschen, ja. Ja, der Kopf, die Vernunft oder auch irgendein strategischer Plan. Ja. Hier haben wir auch unter diesem Ast der Kelche diese vier Schwerter. Was für mich auch so manchmal ein Zeichen ist. Jemand gibt hier ein Signal und taucht wieder ab. Dann ist dieser Mensch wieder da, taucht wieder ab. Ja. So on und off. Was ist es nun? Und in den Zukunftskarten, wenn ihr euch an diesen Menschen orientiert, wenn ihr da mit diesen Menschen, ja, in der Verbindung gehen möchtet, ja, sehr unentschlossen dieser Mensch, muss ich sagen. Sehr unentschlossen. Ja. Also so ein klares Statement in der Zukunft, ja, für eine Zusammenarbeit, für eine Partnerschaft, da kommt dieser Mensch hier ins Straucheln. Ja, es kommt hier, äh, dieser Mensch kommt hier ins Straucheln, weiß nicht, was er sie möchte. Hier ist noch so eine Klarheit, ne, im September. So ein straightes Vorgehen. Ja, okay, Schluss mit der Vergangenheit. Aber dann wird es hier so schwammig zum Schluss. Und hier haben wir fünfter Münzen. Möglich, dass hier jemand auch anknüpfen möchte, weil er sie kein Geld hat, ja. Oder einfach instabil ist in seiner, ihrer Position. Leute, die, ja, da landen, müssen sich eigentlich erst mal um ihr eigenes Leben kümmern. Und wenn sie es nicht machen, stattdessen sich da mit irgendwelchen Liebschaften ablenken oder vielleicht sogar dazu tendieren, bei jemandem anzudocken, um da irgendwas zu schöpfen, da entsteht dann ganz schnell für mich Vampirismus, ja. Und dieser Mensch ist ja auch mit fünf der Münzen, mit sieben der Kelche einfach total instabil. Also, ja, es ist eine Instabilität hier. Deswegen ist hier das hier mehr für den privaten Bereich, ja. Und hier ist irgendwas ganz anderes. Es ist eine ganz tolle Chance, um Leute, die euch hier haben wollen, liebe Skorpione, ja, da könnt ihr dann den Neustart hier machen. Ja, unterm Deck vier der Stäbe, ja. Halte dich daran, was dir Stabilität gibt. Hier haben wir den Herrscher. Da hast du schon die letzten Wochen ziemlich durchgezogen, ja. Hast hier Kraft bewiesen. Hast dich abgegrenzt. Hast hier Nein gesagt. Und, ja, wenn du das haben möchtest, musst du so weiterhin vorgehen. Und alles eliminieren, was hier nur Energie abzapft oder irgendwie rumstrauchelt, komisch rüberkommt. So, liebe Skorpione, ich bin am Ende angekommen, ja. Ich wünsche allen einen wunderbaren September. Viel Gesundheit, ja. Viel Kraft. Und immer positiv bleiben. und sich daran orientieren, was man langfristig umsetzen möchte. Alles Liebe für euch. Tschüss. ... ...